Grüezi miteinander! Bevor ich zur zweiten Volksinitiative, der Pestizid-Initiative, komme, möchte ich mich zuerst einmal für die vielen konstruktiven und gut begründeten Kommentare unter dem Video zur Trinkwasser-Initiative bedanken. Ihr habt gar keine Vorstellung davon, wie gut es getan hat, all diese vernünftigen Pro- und Kontra-Argumente zu lesen. Gerade nachdem mein Weltkriegsvideo so sehr vom YouTube-Algorithmus befeuert wurde, war es eine regelrechte Wohltat, einmal nichts von satanistischen tiefen Staaten zu lesen, dass die Schweiz dem Vatikan gehört und der Templerorden die Geschicke der Schweiz lenkt, keine antisemitischen Rotschild-Kommentare und keine plumpen Anti-Schweiz-Tiraden. Besten Dank also! Und weil es berechtigte Kritik zum Video zur Trinkwasser-Initiative gegeben hat, möchte ich die zentralen Punkte kurz aufarbeiten, bevor es mit der Pestizid-Initiative losgeht. Der erste Kritikpunkt war die gegen Ende des Videos etwas salopp getätigte Aussage, dass die beiden Agrarinitiativen zusammenhängen und man wohl beide annimmt oder eben beide ablehnt. Und das kann ich auch begründen, denn alle grossen Parteien haben beschlossen, entweder beide Initiativen abzulehnen oder beide Initiativen anzunehmen. Die einzige Ausnahme sind die Grün-Liberalen, die Ja zur Trinkwasser-Initiative sagen, aber Stimmfreigabe für die Pestizid-Initiative erteilten. Und da kommen wir zu einem politischen Blickwinkel auf diese beiden Initiativen, der im letzten Video vermisst wurde. Ein liberaler Standpunkt. Wir werden nachher sehen, dass es sich bei der Pestizid-Initiative um ein reines Verbot handelt, ohne irgendwelche wirtschaftlichen Anreize. Bei der Trinkwasser-Initiative wird aber, so die liberale Argumentation, mit Anreizen gearbeitet. Wer Direktzahlungen erhalten möchte, der muss sich an die verschärften Auflagen des ökologischen Leistungsnachweises halten und hat damit einen wirtschaftlichen Anreiz. Der fehlt bei der Pestizid-Initiative. Deswegen hat sich ein Komitee aus wirtschaftsliberalen Kräften gebildet, das explizit Ja zur Trinkwasser-Initiative sagt, aber keine Werbung für die Pestizid-Initiative macht. Wer sich also diese liberalen Argumente im Detail ansehen möchte, der findet das liberale Komitee in der Videobeschreibung und kann sich darüber kundig machen, weshalb aus einer liberalen Sicht ein Ja zur Trinkwasser-Initiative Sinn ergibt, ohne aber die Pestizid-Initiative anzunehmen. Der zweite Punkt ist der Tatsache geschuldet, dass ich die Kraft eines Arguments, so falsch es auch ist, unterschätzt habe. Ich erklärte, dass Betriebe durch die Trinkwasser-Initiative künftig das Futter für ihre Tiere selbst produzieren. Und ich fügte nur etwas flüchtig an, dass sich das auf dem eigenen Hof relativiert, da man das Futter auch regional mit anderen Landwirtschaftsbetrieben austauschen kann. Also es ist nicht so, dass das Futter für die Tiere im eigenen Betrieb hergestellt werden muss. Und ich unterschätzte, wie stark dieses Argument im Nein-Lager schon verfing, denn prompt wurde es in den Kommentaren angeführt. Und auch auf der Nein-Seite wird dieses Argument weiterhin aufgeführt. Unter Fakten statt Ideologie. Oh je, also wenn jemand behauptet, frei von Ideologie zu sein, dann seid da erst einmal vorsichtig. Also unter Fakten statt Ideologie steht, dass im Initiativtext klipp und klar stünde, dass nur betriebseigenes Futter für die Tiere verwendet werden darf. Und da war der Wunsch eher Vater des Gedankens. Denn im Initiativtext wird nirgends klipp und klar gesagt, dass zum Füttern der Tiere nur betriebseigenes Futter verwendet werden darf. Dazu gibt es nicht nur ein juristisches Gutachten, sondern auch in der Botschaft des Bundesrates wird betont, dass das Futter auch in Betriebsgemeinschaften untereinander getauscht werden kann. Und nun hat jemand in den Kommentaren, als ich ihm diese Botschaft des Bundesrates darlegte, behauptet, dass es reine Spekulation sei, wie der Bundesrat dieses Gesetz denn umsetzen würde. Und wenn du dies liest, es soll wirklich keine Bloßstellung oder dergleichen sein. Aber scheinbar bedarf es folgender Erklärung. Die drei Gewalten, Legislative, Judikative und Exekutive kennt jeder. Und die Exekutive in der Schweiz ist der Bundesrat. Wenn also der Bundesrat festhält, dass dieser Interpretationsspielraum bezüglich des Futters gegeben ist, dann kannst du sicher sein, dass dies der Wahrheit entspricht. Denn warum um alles in der Welt sollte der Bundesrat, der ein Nein zur Trinkwasserinitiative empfiehlt, ein Argument mittels Lüge zunichte machen, das letzten Endes eher dem Ja-Lager nützt? Also entweder kennt man das Verfahren, wie so eine Volksinitiative umgesetzt wird, nicht, oder man glaubt, der Bundesrat lügt in dieser Frage. Ersteres ist nicht schlimm, das kann man lernen. Letzteres ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn. Der dritte und letzte Punkt betrifft die Studie von Agroskop. Und ich habe schon geahnt, dass dieser Vorwurf erhoben wird. Nämlich, dass diese Studie umstritten ist. Vor allem Befürworter der Trinkwasserinitiative sind mit den Ergebnissen sehr unzufrieden. Warum habe ich mich trotzdem dazu entschieden, die grundsätzlich positiven und grundsätzlich negativen Auswirkungen der Initiative gemäss dieser Studie zusammenzufassen? Weil ich die Kritik an dieser Studie für politisch halte. Immer wenn eine Studie zu einer Abstimmung veröffentlicht wird, ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass je nach politischer Überzeugung Kritik daran geübt wird. Ein schönes Beispiel waren die ersten Meldungen zu dieser Studie. Das Bundesamt für Umwelt kritisierte an der Studie, dass die verschiedenen Szenarien zu negativ gewählt sind. Das Bundesamt für Landwirtschaft kritisierte hingegen, dass die Ausgangswerte zu positiv für mögliche Folgen der Initiative gewählt wurden. Und je nach politischer Überzeugung kann man nun dem einen oder dem anderen Bundesamt glauben. Aber einem Bundesamt Objektivität zu unterstellen und dem anderen nicht, halte ich für unredlich. Und mein Problem an dieser Studienkritik fasst der WWF toll zusammen. Der WWF macht grossartige Arbeit, bloß nicht falsch verstehen. Aber der kritische Artikel zu dieser Studie ist sinnbildhaft dafür, dass man sich halt das herauspickt, was man politisch brauchen kann. Einerseits behauptet hier der WWF, die Studie sei unbrauchbar, kritisiert Punkte, die gar nicht wirklich abzusehen sind und betont am Ende, dass die Studie aber trotzdem bestätigt, dass das Trinkwasser viel sauberer werden könnte. Also man spricht der Studie jedwede Brauchbarkeit ab, pickt sich aber dennoch jene Aspekte heraus, die die eigene Haltung stärken. Das halte ich wirklich für unredlich und es zeigt auch, dass die Kritik meines Erachtens politisch ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die grundsätzlich positiven und grundsätzlich negativen Ergebnisse der Studie herzuzeigen und ich halte auch nach wie vor daran fest. Beginnen wir nach dieser kleinen Rückblende nun mit der Pestizidinitiative. Und was diese Pestizidinitiative verlangt, ist relativ schnell erklärt. Das Verbot würde für mehrere Bereiche gelten. In der Landwirtschaft dürften keine synthetischen Pestizide mehr zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheitserregern eingesetzt werden. Synthetische Pestizide wären auch in privaten Gärten, in der Pflege von Perken oder beim Unterhalt von Bahngeleisen und entlang von Strassen verboten. Gewisse Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die heute in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, gehören ebenfalls zu den synthetischen Pestiziden. Ihr Einsatz wäre nicht mehr erlaubt. Befürworter eines Pestizidverbots argumentieren natürlich mit der Gesundheit. 2000 Tonnen Pestizide, 110.000 Tonnen Stickstoff und 6000 Tonnen Phosphorüberschuss gelangen durch die Schweizer Landwirtschaft jedes Jahr in die Umwelt. Das ist eine enorme Belastung für die Biodiversität, die Gewässer und die Bögen. Und schaden letzten Endes Mensch, Tier und Umwelt. Aber auch mit ökonomischen Argumenten möchten sie überzeugen. Die Schweiz werde bei Annahme der Initiative zu einer Vorreiterin in Sachen Bio. Man könnte mit einem Verbot auch Grossverteiler viel stärker in die Pflicht nehmen und die wirtschaftliche Abhängigkeit von Chemiekonzernen aufbrechen. Auch ist man auf Seiten der Befürworter sicher, dass es mittel- und langfristig problemlos möglich ist, Pestizid frei zu produzieren. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche, auf der biologisch angebaut wird, beläuft sich heute auf ca. 14,5%. Beim biologischen Anbau fallen die Ernten nur um etwa 20% niedriger aus als beim konventionellen Anbau. Eine Umstellung auf biologischen Anbau sei also mach- und umsetzbar. Das beweisen schon heute ca. 8000 Biobetriebe in der ganzen Schweiz. Und zudem müssten konventionelle Landwirtschaftsbetriebe keine hektischen Feuerwehrübungen abhalten, weil eine Übergangsfrist von 10 Jahren vorgesehen ist. Die Gegner der Initiative argumentieren zunächst einmal, dass in den letzten Jahren sehr viel im Bereich Pestizideinsatz vorangegangen sei. Und das stimmt auch. Seit den 90ern wird der Anbau von Getreide ohne Fungizide und Insektizide gefördert, seit 1999 der ökologische Leistungsnachweis, seit 2010 gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln, 2014 Förderung für emissionsarme Spritzgeräte, Beitrag für die stickstoffreduzierte Phasenfütterung von Schweinen, Ausdehnung der Förderung des Anbaus ohne Fungizide und Insektizide bei Sonnenblumen, Eiweiss, Erbsen, Ackerbohnen und Raps. 2017 Start, Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 2018 unter anderem Kampagne zur Reduktion des Antibiotika-Einsatzes, Förderung und Reduktion von Pflanzenschutzmitteln im Obstbau, Rebbau und bei Zuckerrüben, 2019 die Zulassung für Produkte, die das Fungizid Chlorodalonil enthalten, wird entzogen, Förderung, Reduktion Herbizide im Ackerbau, 2020 Aktionsplan Pflanzenschutz… Und auch in diesem Jahr gab es schon Beschlüsse, um die Risiken des Einsatzes von Pestiziden um 50% zu verringern. Es ist also einiges im Gange. Die politische Bewertung, ob dies ausreicht oder eher ungenügend ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch grundsätzlich angemerkt, sei an dieser Stelle eine gewisse Quellenkritik. Natürlich hat der hier eingeblendete Schweizer Bauernverband politische und wirtschaftliche Interessen und eine relativ grosse Lobby innerhalb der bürgerlichen Parteien. Gleichzeitig hat aber auch die Biolandwirtschaft ökonomische Interessen. Nur um das noch explizit zu betonen, dass Befürworter und Gegner natürlich auch von Interessen gesteuert sind. Die Gegner der Initiative argumentieren ausserdem, dass durch dieses Pestizidverbot landwirtschaftliche Produkte teurer werden würden. Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel würde einerseits mehr Handarbeit erfordern, was die Produktkosten steigern würde, und andererseits müsste mit Ernteeinbußen gerechnet werden, die womöglich mit zusätzlichen Importen kompensiert werden müssten. Auch wird auf Gegnerseite betont, dass eben nicht nur landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht mehr so ertragreich wären wie früher, sondern auch die Maschinen in den Verarbeitungsprozessen müssten ohne Pestizide gereinigt werden. Und das wiederum würde Auswirkungen auf die Haltbarkeit und die Qualität der Produkte haben, also auch auf die Lebensmittelsicherheit. Und darauf folgt erhöhte Lebensmittelverschwendung in vielen verschiedenen Bereichen, wie z.B. in Schlachthöfen, Melkanlagen oder Brauereien. Bundesrat und Parlament empfehlen, die Initiative abzulehnen und verweisen unter anderem auf die steten Verbesserungen in diesem Bereich, auf die Lebensmittelsicherheit, auf die Hygienevorschriften bei der Produktion und darauf, dass durch diese Initiative internationale Handelsabkommen verletzt werden würden. Es wäre mit internationalen Verträgen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vereinbar, einseitig die Einfuhr von mit Pestiziden produzierten Waren zu verbieten. Auch hier würde mich Eure Haltung wirklich interessieren. Pestizidverbot, ja oder nein? Sind wir auf einem guten Weg oder dauert die Reduktion von Pestiziden zu lange? Lasst es mich wissen. Ich werde, falls nötig, bei der nächsten Abstimmungsvorlage wiederum eine kleine Rückblende machen. In diesem Sinne, Merci fürs Zuhören und wir sehen uns wieder bei, um Gottes Willen, dem Covid-19-Gesetz. Da freue ich mich jetzt schon auf die Kommentare. Aber egal, Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.